Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Rogue Company, wir spielen wieder als Lanzer. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, win ist win. Und los geht's, ja. Ah, okay. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, ob wir heute mal wieder richtig gewinnen, ob wir rasieren, ob wir rasiert werden. Äh, ja, natürlich die hier. Nimmt doch nichts anderes als eine MP. MP oder Sturmgewehrkinder sind so nicht anders. Nein. Next. Next Level. No way. Okay, und raus geht's. Ich war gerade schockiert, aber egal. Wofan, ich weiß es nicht. Ich bin heute bis hin. So, jetzt bin ich mal gespannt, ne. Machen wir eine gute Runde, machen wir eine nicht schlechte Runde. Wie gesagt, rasieren wir oder werden wir rasiert. Hm. Und warum hast du heute nicht Scorch? Ja, weil ich jetzt beim neunten Mal mit Lanzer versuche mich. Nein, nein, nein. Ach, komm schon, lieber in die Re-Sport. Ah, ha, ha. Das gibt's doch nicht, ihr Schwein, Alter. Ich komme zurück, ich komme zurück. Ja, in Sekunde. Okay. Das war eine dumme Idee. Okay, mein Team ist wirklich in der Minderzahl gerade. What? Ey, sorry, Mann. Wir haben von der einen Seite eigentlich, äh... Ah, ja, genau. Sie wird mich zurück... Die hätte mich zurückholen können. War das nicht so? Ich hab keine Ahnung. Ach, Mann. Okay, ich muss mich beruhigen. Ich muss ganz ruhig bleiben. Ich muss einfach machen. Das war gut. Hey, hey. Der wird zwar schlecht. Nein! Ih! Was? Und wo? Und wo? Yo, wir kriegen ihn nicht. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Ja, super. Ja, am Arsch. Was ist das denn für eine Runde? Okay, wir werden rasiert. Ja, am Arsch. Ja, Granate, ein Meter hinter ihr. Auch wenn die Scorch ist. Hallo, das war Explosion, nicht Feuer. War eine Druckwelle. Äh, ja. Das fängt ja gut an. Alter Schwede, letzte Leben. Alter, alter Schwede. Was machen die denn da? Komm her, komm her. Komm her. Oh, scheiße. Wir haben nur noch die Leben. Ah, kacke. Einen haben wir. Kriegen wir sie? Nee, ne? Weißt du? Okay. Nein! Oh, immer das Nachladen. Das gibt's noch nicht. Ja, verdient, verloren. Ja, ich glaub schon. Immer dieses verdammte Nachladen. Verdammt nochmal. Okay, okay. Neue Runde, neues Glück. Richtig? 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 Ich glaub schon. Okay. You take point. Mein MP muss her. Die muss stärker werden. Besser werden. Erstmal upgraden wir das Baby. Und dann geht's los. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Ich müsste es öfter spielen, glaub ich. Vielleicht werde ich dann wieder schneller. Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaub, das letzte Video war schon so scheiße, oder? Haben wir den nicht auch voll auf die Schnauze bekommen? Ich weiß es gar nicht. Das ist eine Woche her. Frag dich nicht. Nein. Ah, das war rollen. Ja. Ja. Was war das denn? Danke. Er kommt, er kommt, er kommt. Haben wir? Ja. Ah, komm schon. Ich bin schneller. Nein. Mist. Ah, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's mit dem Headzip gehört. Ich hab's genau gehört, ey. Dann hatte ich auch Panik, weil die MP war leer. Die andere Knarre war leer. Und auf Panik hab ich nichts richtig gemacht. Jo, ich schieß daneben am Arsch. Ach komm, hier sind ja alle. Willst du mich verarschen? Nein. Bitte, liebe Kinder. Mess euch eins. Jumpen. Das geht in echt nicht. Sobald ihr irgend so eine von diesen schnellen Bewegungen macht, auch mit dem Sniper-Gewehr, habt ihr euer Ziel zerrissen. Das geht nicht. Das hier funktioniert nicht. Allein, wenn ich sehe, wie langsam ich hüpfe, da tut der andere schneller seine Waffe heben und mich erschießen, als ich jemand damit auswäsche. Ja, nicht getroffen. Immer finishen. Immer finishen. Warum kommen die eins von da? Ich treffe nicht. Ja, ich hab natürlich nach links reifen. Nur jetzt mal ganz blöd. Warum kommen die immer von da? Das ist doch nicht ihr Respawn, oder doch? Oder merken die einfach, doch, von da können wir die am besten killen? Ja, okay, funktioniert. Aber bewegt euch doch mal mehr. Boah, ist das ein Jammer-Video. Alter. Wie alt bist du? 38? Ja, man hört's. Alter, man rennt nach. Ja, ich weiß. Ist der aber wieder hinter mir was? Es gibt es nicht. Ja, Dallas, warum hast du mich... Dallas hat mich gesehen. Sein ganzer Oberkörper, sein Kopf war hinter der Wand. Ich sah gerade so seinen Arsch. Aber er hat mich gesehen. Oh, zu kurz geworden. Okay. Kann ich natürlich nicht schießen, weil die Rauswand im Weg war. Alter, komm schon, was soll das? Boah. Ey, ganz ehrlich. Also, man kann gut sein. Ja. Aber man kann auch schießen. Nein! Oh, Mann. Nein! Entschuldigung, wenn ich einstens Mikrofon brille. Es tut mir leid. Gorsch, Baby. Gorsch, Wäustchen. Einmal bitte hochheilen. Danke. Oh! Falsche Ansicht. Falsche Ansicht. Ach, da... So wechselt man. Ich drücke jetzt den falschen Knopf zum Schulter wechseln. Sehr schön. Alter, sind wir scheiße, Alter. Werden wir rasiert, ey? Ey, yo! Am Arsch, Kinder. Danke. Yo, schon wieder nicht geklappt. Okay, wir laufen mal durch Scorch. Okay, komm her. 3, 2, 1, komm schon, bevor ihr kommt. Okay. Links, rechte Seite. Ey, was? Wir haben die Runde gewonnen? Was? Wanns da? Gefühlt haben wir jetzt auf die Schnauze bekommen? Wow. Okay, jetzt machen wir den Knallkörper stärker. Nein. Oh, die MP. Gut, dass wir kein Geld hatten. Oh nein. Das wollte ich doch gar nicht. Naja, bis jetzt steht 1 zu 1. Kann eine sehr lange Runde werden. Ja, ja. Macht nichts. Und raus geht's. Okay. Naja, wir haben uns gegenseitig gut hochgehealt. Mit so ein paar Verluste war es gut. Oh mein Gott. Okay. Kontakt, Kontakt, Kontakt. So weit, so weit. Nesca, die gleiche Idee. Böse Scorch. Nein. Nein. Ich bin nicht voll fest. Nein. Nein, Lenser ist nicht. Okay, jetzt rasieren sie uns wieder. Das gibt es doch nicht. Mann, ich wollte gerade Granate werfen. Hört doch mal auf, wenn die schallt. Ich verspack mich an der Pflanze. Es sieht mich keiner. Ich passe super mit meinen Klamotten. In die Umgebung. Ach man, die haben es doch gewinnen lassen in der Runde. Die haben es doch gewinnen lassen. Ich komme seit meinem Leben. Wo bist du? Nein. Ach, komm schon. Warum schieße ich automatisch daneben? Ach man, es tut aber leid. Komm schon, komm schon. Ja. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Versuch es vorhin zu kommen. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht ein bisschen mitten im Feld. Aber danke, 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 danke. Alter, drehst du mich? Ach, Arsch. Junge, der hockt da. Man sieht ihn. Ich ercompo. Sauberes Ziel. Das ist doch Cheaten. Jetzt hört man doch mal auf mit dem Scheiß. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Schulter wechseln. Mann, was ist das für eine blöde Einstellung mit der Schulterwechsel? Ja, da ist noch einer am Arsch. Ohne Scheiß. Wir haben uns gerade tierisch den Arsch versohlt. So was von. Also ich glaube daran, dass wir gewinnen. Scheiße doch nicht. Ey, Leute, unscheiß. Entweder werde ich nur alt und scheiße. Auch mein ganzes Team ist alt und scheiße. So sieht es aus. Oder das Gegner-Team sheetet. Ja, das ist einfach so ein Wort, das kann man einfach in den Raum werfen. Natürlich. Würde ich kaum sagen, du bist scheiße. Ja. Aber das glaube ich nicht. Ich habe am Anfang, als das Spiel rauskam, oder beziehungsweise als ich das Spiel angefangen zu zocken vor ein paar Monaten, war ich richtig gut. Und auf einmal ist jeder andere gut. Ich weiß nicht. Kills habe ich sieben. Ich habe sieben Kills nur. Ey, so schlecht war ich noch nie. Nicht mal von Anfang an. Nicht so habe ich Angst, wenn der Timer läuft. Ich weiß nicht. Alter, ich bleibe jetzt ein bisschen im Gebüsch. Ich habe Panik. Was? Ja, du warst angeschlagen. Du warst angeschlagen. Boah. Sorry, ich versuche mich nicht auszuregen. Ich habe alles richtig gemacht. Mann. Keiße. Warum sind schon wieder welche hier? Ich habe meinen Bum nicht gehört. Hä? Was? Wo? Nein. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Hat der geschossen? Wo war der? Also bis jetzt auf der Erde gibt es noch physikalische Grundgesetze. Beziehungsweise auch, dass eine Kugel nur gerade fliegt. Wo war der? Ich habe keinen Bock. Ich glaube, ein ganzes Team hat keine Lust mehr. Naja, wir haben auf jeden Fall gleich verloren. So viel kann man sagen. Wenn wir jetzt noch was rausreißen, wäre das ein Wunder. Aber ich bin auch gerade sehr... Ich bin wirklich... Ich treffe gar nichts. Also komm schon. Ey, komm schon. Ich will ja an das Gute Menschen glauben. Nur wenn ich solche Runden habe. Oder Black Ops 3 zocke. No. Ja, ganz ehrlich. Nicht böse gemeint. Aber wer auch immer Cheats benutzt. Der kann nur abgrundtief böse sein. Weil, äh, gute Menschen brauchen das nicht. Wir reißen uns den Arsch auf. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber... Cheaten? No way. Ich habe keine Ahnung, ey. Nein. Ach komm schon. Okay, wir sind noch drei Leute. Um einen Hauf zu pumpen. Alter, kannst du nicht... Die wissen genau, wann ich meinen Scheißkopf um die Ecke halte. Danke fürs Hochheilen, Leute. Danke. Ihr hättet es geschafft. Ohne Scheiß. Mein Team hätte es geschafft. Ohne Scheiß. Ich habe nur ein Leben. Ach, der andere ist rausgegangen. Gut, verstehe ich. Ich bin auch angepisst. Aber ich gehe doch nicht raus, deswegen. Auch ein Unterschied zwischen... ...echten Gamer und Cheater. Wir geben so nicht so schnell auf. Wir reißen noch in der letzten Sekunde ein bisschen was. Nein. Ah. Ey, guck doch mal den Winkel an. Kommen die von hinten, ne? Ja. Danke fürs Zusehen. Und entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie für diese verdammte Runde. Warum bin ich denn gleich hier? Ach man. Normalerweise läuft doch ein bisschen mehr in die Abmord, oder? Danke fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.